Herr Saladin, was bedeutet Zuwanderung für den Wirtschaftsstandort Basel? Schauen Sie, die beiden Basel sind nur 1% der Fläche der Schweiz. Auf diesen 1% leben 60% der Bevölkerung. Wenn man sich an den Erwerbstätigen anschaut, sind es schon 7%. Das zusätzliche Prozent kommt von den Grenzgängen, die wir haben. Wir haben über 60'000 Leute, die jeden Tag über Grenzen kommen, bei uns zu arbeiten. Und die 7% der Erwerbstätigen machen 10% der BIP der Schweiz. Das heisst hochproduktive, hochinnovative Jobs. Und die Industrie, die das möglich macht, vor allem die Life-Science-Industrie, ist angewiesen, dass sie die besten Leute rekrutieren kann im Ausland auch. Und darum müssen wir offene Grenzen haben für Mitarbeitende aus dem Ausland. Was für Auswirkungen hat eine Einschränkung der Zuwanderung für den Life-Science-Standort Basel? Das wäre verheerend für unseren Standort. Wir haben 34% ausländische Bevölkerung in unserer Region. 55% der Mitarbeitenden in unserer Kernbranche sind ausländische Mitarbeiter. Also wenn wir das beschränken würden, wäre das verheerend für unsere Branche.